Der Bußkanal ist mal wieder am Start. Heute mit einem weiteren Themendeck aus der Platin-Serie. Das Themendeck heißt Schnellzünder. 60 Karten sind drin. Und ja, fang ich mal an. Schnellzünder, wie schon gesagt. Alles rausgeholt. Fangen wir mal an. Einmal Schadensmarken. Regelbuch. Noch ein Spielfeld. Jetzt komme ich erstmal zur Münze. Ich hoffe, man kann sie gut erkennen. Sieht sehr schön aus. Wirklich sehr nice. Noch mal. Jetzt kann man sie sehr gut erkennen. Sehr schöne Münze. Dann komme ich hier mal zu den Karten. Wenn ich sie dann aufbekomme. Käse ist auf. Fangen wir mal mit dem an. Was sowieso klar ist, was drin ist. Natürlich Energiekarten. Viele. Pflanzenenergie. Dann kommen wir mal mit dem an. Dann kommen wir hier zu den Trainerkarten. Trank. Trank. Energiesuche. Die Standardenergiekarten. Jetzt sind hier die Pokémonkarten. Im Deck üblich viele Doppelte. Paras. Panflam. Bisasam. Radikal. Bisa Knosp. Bisa Flora. Bisa Flora. Hier kommen wir zum Bisa Flora. Das ist eine Sternkarte. Und hier ist nochmal eine Sternkarte dabei. Sehr schön. Ansonsten alles. Und jetzt hier zum Highlight dieses Decks ist diese Karte hier. Einmal Arcani Holo. Das ist die Nummer 15. Ja, das war es auch schon. Ein kurzes Video über das Themendeck. Schnellzünder. Einmal die Holo-Karte. Die Münze. Und noch zwei Rares. Zwei Sternkarten. Sehr schön. Vor allem dieser Floor. Und ja, das war es aber auch schon. Schaltet uns wieder ein. Es folgen noch weitere Videos. Ansonsten noch einen schönen Tag. Euer Bußkanal. Ich ne технолог. Danke. Danke. Vielen Dank.